Sind es jenzig für eine Weiterbildung über Fernlehrgänge zu IHK-Prüfungen in der Sicherheitsbranche wie den Meister für Schutz und Sicherheit oder die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft? Vermutlich deswegen, weil Sie mehr verdienen und auch eine bessere Tätigkeit ausüben möchten. Die Auswahl des richtigen Bildungsträgers ist da der entscheidende Punkt. Denn nur wenn hier individuell auf Ihre Bedürfnisse wie Zeitrahmen und Lernaufwanden der Weiterbildung berücksichtigt werden, wird das zum gewünschten Ergebnis, nämlich Bestehen der Prüfung, führen. Unsere Fernlehrgänge lassen sich flexibel Ihren Vorstellungen anpassen, sodass Sie sich ganz auf die Prüfungsvorbereitung konzentrieren können. In den letzten 25 Jahren habe ich insgesamt ca. 4700 Menschen geschult, davon alleine 430 zu meistern, wenn es genau um diese Fragestellungen ging. Und ja, es ist mir in den allermeisten Fällen gelungen, die Teilnehmer zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Aber ich wäre nicht seriös, wenn ich Ihnen als Schulungsleiter der Akademie für Sicherheit versprechen würde, dass Sie auf alle Fälle die angestrebte Prüfung bestehen werden. Wir bieten zwar für diesen Fall, also das Nicht-Bestehen der Prüfung, eine Geld-Zurück-Garantie an, aber das ist ja nichts Sinn der Sache. Denn Sie wissen es ja selbst am besten. Der Teufel steckt oft im Detail. Deswegen lade ich Sie ein, rufen Sie uns an, senden Sie uns eine E-Mail. Wir sprechen über Ihre Ziele und Ihre Vorstellungen und darüber, was wir konkret für Sie tun können. Ich freue mich über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Mit besten Grüßen aus Nürnberg, Ihr Jörg Zitzmann.